Liebe Bündnerinnen und Bündner, das Coronavirus bestimmt derzeit unser Leben und es wird es noch eine Weile weiter bestimmen. Irgendwann wird die Normalität wieder einkehren. Irgendwann werden wir uns wieder treffen, umarmen, gemeinsam zum Feierabendbier gehen oder einen Jass klopfen. Und irgendwann werden wir wieder am Wochenmarkt oder an der Kaffeebar zusammenstehen. Vielleicht im Frühsommer, vielleicht später. Wann genau, das weiss im Moment niemand. Bis es soweit ist, müssen wir uns gedulden und wir müssen uns an die Regeln halten des Bundesamtes für Gesundheit. Es braucht weiterhin viel Verständnis, Gemeinsinn und Solidarität, vor allem mit den Schwächsten. Das sind in diesem Falle Personen über 65 Jahre und die als Risikogruppen bezeichneten Menschen. Menschen also, deren Immunsystem aufgrund einer chronischen Krankheit oder Therapie schon geschwächt oder belastet ist. Wenn es uns gelingt, uns gegenseitig vor Ansteckung zu bewahren, dann können wir den Verlauf der Krankheit verlangsamen. Unser oberstes Ziel ist es, dass die Kapazitäten in den Spitälern ausreichen, die Intensivstationen nicht überlastet sind und die Beatmungsgeräte nicht zu sehr beansprucht werden. Nur so können wir die Schwerstkranken optimal versorgen. Auch das starke geforderte Gesundheitspersonal muss entlastet werden. Das Motto unserer Informationskampagne lautet Abstand nehmen und so zusammenstehen. Ich appelliere deshalb erneut an Sie. Bleiben Sie zu Hause, halten Sie Abstand. Waschen Sie sich regelmässig die Hände und husten Sie in die Armbeuge. Das ist mittlerweile für viele von uns selbstverständlich, aber leider noch nicht für alle. Nur wenn wir uns aber alle daran halten, dann können wir diese Krise gemeinsam durchstehen. Ich danke Ihnen für Ihre aktive Mitwirkung. Der Kanton Graubünden ist mit einer grossen Fläche den vielen Tälern und der Dreisprachigkeit besonders gefordert. Die Regierung störtlich monitoriert die Situation in der ganzen Stadt. Wir sind sehr sehr nahe zu der Bevölkerung, die ihre Familien und ihre Familien zu unterstützen. Wir begrüßen in particular, die Operatoren des Krankenhausen für ihre große Herausforderungen für ihre große Erfolg. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich allen, die sich derzeit für unsere Gesellschaft einsetzen. Die Corona-Krise wird unser Leben nachhaltig verändern, dessen sind wir uns bewusst. Machen wir das Beste daraus. Nutzen wir diese Zeit, die dem Rückzug gewidmet ist, um Dinge zu tun, für die wir vorher nie Zeit gefunden haben. Lesen, musizieren oder malen. Räumen wir auf, schreiben wir Briefe, telefonieren wir mit Verwandten und Bekannten. Vieles ist auch oder gerade von zu Hause aus möglich. Wir werden die Bündner Bevölkerung in den kommenden Wochen auf verschiedenen Kanälen, im Fernsehen, im Radio, in der Zeitung, aber auch im Internet und in den sozialen Medien zu Themen wie soziale Teilhabe, psychische Gesundheit, Bewegung und Ernährung mit Tipps und Ideen versorgen. Ich wünsche uns allen viel Zuversicht, Durchhaltewillen und vor allem gute Gesundheit. Heben Sie sich Sorg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020